Hallo und herzlich willkommen zurück. Da hast du gespeichert, oder? So, du hast mich da anf... Das Video. So. Willkommen zurück zu Resident Evil 0. Ja, was du gespeichert hast, ist... Weißer. Ist... Prototyrand machen. Frisch sein Kraut und lass deine Sachen fallen. Schmeckt's? Ja. Du hast Schluss. Schön krass, richtig? Ja. So crispy chicken mäßig. So. Du gehst aber langsam durch die Türen. Hä? Auf dich umzudrehen. Warum riss ich dann um? Hm. Los. Drehscheibe. Wählen. Auf nach unten. Du. Du. Biohazard. Damnation. Damnation. Und Degeneration. Der ist cool. Der ist cool. Bitte überspringen Sie diese kurze Zähne. Und hören Sie auf während dem Netzwerk zu zocken. Meine Güte. Ich frage mich gerade, ob man auch die... Magnum-Ausrüst... aufpassen hätte können. Ne, ne. Das ist ja eine Pistole. Satz 2. Ja, wow. Das ist einfach nur ein Visier, was drauf geklatscht wird. Aber ein Magnum ist breiter als eine Pistole. Hey, da wurde gerade gesagt, da ist ein Schlüssel. Hättest du ja in... dem Sinn dann auch auf eine Schurte klatschen können? Hättest du. Und Schuss! Du hast einen selben Fehler wie ich. Also, ich schwere dich nicht. Ich wollte es. Ich wollte es testen. Ich lasse noch zwei Schüsse. Hör mal. Warum hat er dich hier... Noch einen Schuss. Post-Torrent. Ist hier unten nur Hoster und okay. Wann du keine Hoster trägst, nenne ich dich... Timmy. Ich hatte nur für einen Sekunde wegen der Schwarzblende, dass du gewonnen hast. Timmy? Hose bitte. Timmy. Timmy. Ey. Bitch. Wann in der Wahnsinn? Was hast du hier drauf hier? Ach, gut zu teilen und besiegen, glaube ich. Ich wurde nur einmal getroffen. Bist du zufrieden? Ja. Arschgeiger. Feierabend. Wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommaché aus dem Buch hin rauf. Bist du gerade jetzt mal dein Fuß mit deinem Steinschwert spielen? Das ist immer noch ein Eisenschwert. Das ist immer noch ein Eisenschwert. Äh... Ebene 1. Fangen wir von oben an. Das ist in dem Sinne von unten? Nein. Doch. Nein. 1, 2, 3, 4, E. Das heißt, du gehst jetzt von unten nach oben. Sonst wär's ja U. Was ist denn da? Was ist denn da? Neck mich doch im Sack. Ach, nee, so das war. Das ist das. Ist das der Zug? Was ist der Zug? Oh. Dann gehst du jetzt mal in den E2? Nein. Gott. Ihr hört nichts. Na? Schöner war kein Aufzug. Ach. Das ist das. Du weißt jetzt hoffentlich, wo ich hingehe, oder? Zu unseren Waffen? Ja. Und jetzt? Zu den Magnum Munition. Und jetzt? Und jetzt? Ist es glücklich? Ja. Das ist ein Wedeln. Später. Später. Oh ja. Klick. 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 Und jetzt liegen hier die Waffen von Billy. Du könntest jetzt auch, wenn du Schrot-Munition hättest, das Jagdgewehr mitbringen. Es liegt doch Schrot-Gewehr rum. Schrot-Munition. Äh, Schrot-Munition, ja. Echt jetzt? Mhm. Wo? Das, was der Einschuss, den der Billy rausgehauen hat. Nein. These are normal bottles. What do you want with this? Es liegt noch ein... Äh... Benzin-Kanister rum. Okay. Wo? Ah, was liegt hier noch? Diese vier Gegenstände. Nein. Ich will die Karte wählen von... Oder bin ich gerade... Keine Anlage. Äh, da... Ach ja. Nee. Hä? Keine Ahnung. Wieso liegt da noch ein grünes Kraut? Keine Ahnung. Just be happy. Because I'm happy at home if you feel like the room is out of the roof. Speicherstation. Kelleranlage. Mr. Das war's für heute. die ps1 hat kein usb ist das oder ich habe mich auch gewundert ehrlich gesagt weil ich habe ja einen grabber zu hause rumplatten dann könnten wir 3 auf der ps1 zocken wenn es einer von uns kauft das muss man sagen was wegen überlegen das war auch was oder auf der konsole da ist nichts nützliches ja fick dich da magne munition ich habe 17 schuss es ist froh das wieso munition wir so wie kommen die kugel zehn zentimeter unter der mündung raus oder was muss jetzt ganz okay sagen gerade aber noch die tür wird aufgeschlossen okay jetzt bin ich glaube ich dort bei dem zog ja meine ich ja selber ich habe die oder seite gesagt die otters zeit die otter seite genau kanad braucht man nicht der herr hier leben mir ist eh zu voll den granatenwerfer zollen können was er braucht der ist auf jeden fall nach der fledermaus irgendwo in dem sektor ach stimmt genau wo wir die dinger produziert haben den verdünner der mit dem rot rot ist jetzt im grünen nextieren wird also ähm level 3 waren wir ne ich hab dich auch gepasst wo du hingang bist nein ich glaube du warst ebene 2 ebene 4 ist richtig you and your friends no longer amuse me good riddance now nothing will stop me from getting my revenge ok my revenge cool shit andere das mal ausdrücken der Ist das echt ein Fisch-Zombie? Billy, you're free! Freedom! Das ist ein Hai übrigens Ups, hab ich was gescheitert? Ein Hai-Zombie? Ok Und jetzt? Jetzt alles so wie das ganze Game, oder wie? Fick dich! Er erinnert mich wieder an das Gen-Zigame, oder was? Kombinieren mit der Flasch! Kombiniere, kombiniere, da ist etwas in Kusch! Und das ist ein Wach muss schon liegen und gestern. Genau. Mann! Der macht uns wirklich! Zum Glück ist es nicht so wie bei der Fledermaus. Was ist das? Wenn man rausgibt, eine Katze startet. Sie startet. Gips! Ja! Sie will aber nicht! So, Anlauf! Drehen! Und jetzt, wenn es die Gäste ist! Das war so schwer, die aufzunehmen! Das ist ein Spiegel! Das ist ein Spiegel! Munitione! Ich hoffe, Billy hat noch die Strohflitte! Das wäre sehr seltsam, meine Fette! Warum? Das würde in so einer riesen fetten Wasserströmung sein Inventar behalten können! Ohnmächtig! Das ist ein Dokument! Hinter dir! Oh! Was soll ich denn auf dem Boden? Das ist der Kräutermix, den ich gerade auf dem Boden gelegt habe! Ach so! Was leuchtet da? Das ist das selte, was ich gerade abgelegt habe! Ach so! Kontrollraum! Der kontrolliert übrigens! Hey, das ging mal schmerzfrei! Das hier nicht fändlich geworden ist, dabei! Uuuuuh! Wer weiß doch, ich hätte sie auch deswegen gebraucht, oder? Sie hätte es gebraucht, als ihre Zahl gehört! Ich glaube, du brauchst Strom! Echt? Eigentlich macht man ziemlich viel sexistische Witze hier! Kann ich nicht zulassen? Warum ist eigentlich ein Kontrollraum, ohne die Geräte anzuklicken! Da blinkt irgendwas! Ähm... Ach cool! Ähm... Ficken! Ficken! Was willst du denn ficken? So... Ach so, du musst überall Stroh machen! Genau! Okay! Das ist schon mal nicht verkehrt! Schaut halbwegs richtig aus! Und das da schaut auch richtig aus! Bin ich hier? Da komm ich nicht ran! Hier! Ja! Der eine Punkt hat zwar saut! Ja! Nehm einen Scheiß-Punkt! So! Und das da! Gott! Klick! Wenn ich hier jetzt mache... Dann hätte ich... Klick! Ich hätte hier auch machen können... Ne, kann ich auch nicht. Kann es das Punkt nicht entfernen? Wenn ich hier jetzt mach... Ach, wie dann damit zur Schalt? Ne, ne, da unten. Rätselslesung. Da würden nur der da, der da, der da und der da angehen. Wenn du es nicht so schnell wegdrücken würdest, kannst du gleich auch ein bisschen mitdenken. Das kann bei dir ein bisschen dauern. Wirklich. Ich muss einen von den beiden da unten aktivieren. Eigentlich den hier. Ja, den anderen würde ich auch sagen. Schaut doch gut aus. Funktioniert doch. Was ist das? Das ist aber viel Strom. Hey, das blinkt. Uh, das ist schon hell. Ja, jetzt können wir die Zombies besser sehen. Zeigen die Zeitbilder auf der Aufbewertung. Ja. Ich sehe auch die Zombies besser. Ist das nicht herrlich? Schöne was. Schöne was. Balle einfach mal rein. Oh, das war ein Kopfschuss. Wie? So. Hattest du die Munition und das dem Arsch rausgeholt? Hä? Hattest du die Munition und das dem Arsch rausgeholt? Ja. Geil. Okay. Wieder sechs Schuhe. Sechs Schuhe sind einfach da liegen. Tja. Und wie viele Köpfe? Das sind Drillinge. Zwei. Ich glaube das ist eine Flasche. Das blöde ist. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Genau und dafür einmal Heilung liegen lassen. Warum liegen lassen? Ich habe es genommen. Achso. Das ist auch gut. Ich habe es genommen. Hast du es gemamst? Weiß. Jetzt wenn wir nur einen Charakter spielen, haben wir genügend Heilung. Ja. Weil es jetzt wichtiger ist. Das irritiert mich dauernd, dass die... Über das zippeln. Oh. Awww. Da da da... Dutla. Da da da. Da 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 da. Ta da da. Da 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 da... Da 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 da. Auch was im Markt nehmen. oder wo es getroffen was zur hölle von hinten nehmen oder was er hat echt so die bewegung gemacht ich bin schwanger von dir okay dann müssen wir für die Tür einen Griff besorgen mit einem vierkicken rechteckigen rechteckiges Vierkick er hat einen Helm auf das wäre jetzt lustig wenn ich im One-Hitten bin vor allem so er hat auf jeden Fall mehr sein Kopfes überlebt oh, wollte ich nicht Tasten verwechselt schon wieder jetzt sind schon viele Flaschen vielleicht wollen sie uns irgendwas damit sagen dass wir Flaschen sind bestimmt er ist ein grünes Kaut oh bloß ein XXL was ist das große? mhm komm da aus kannst du bestimmt zwei, drei kleine kleine Kreuze rausschneiden du 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 ich glaub da ist eine rote KiKa Ich glaub du hast dafür Birli Nein Du musst einfach jemand äh das Ding benutzen Ja Honte Wotzeri Ach Nö Was denn? Hu? Alter, wer hat's jetzt? Äh nein, das soll ich jetzt nicht machen Das Game tut sich halt grad echt mit Kräutern vollpumpen Aber wird nicht so viel kiffen Basti Ich weiß, da sind ja nur rote Kräuter mit dabei Ja, die machen die wahrscheinlich extra high Warum geh ich das wieder da rein? Warum wieder? Ich bin vorhin durch eine Treppe runtergekommen Okay Ist das auch ein Matarierding? Nein, das ist Schotflinten-Munition An der Wand? Nix was ich benutze Deko Das ist so Mobbing, weißt Ja Was denn? Was macht dich denn gerade? Das Wasser hat aber echt gut aus in dem Deck Muss ich sagen Kann Becci auch sprengen? Drück mal X Drück mal X Das ist Mobbing Du 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 Ich höre da was ich dir das Ich drehe doch irgendwas ich sehe es gerade Ich habe Angst dass jetzt Mimikrieg macht es dann Angst Potzer Oh, gehabt sie Billy Wie hat das sie hoch geschafft? Rebecca, wo bin ich? Du bist jetzt sicher Du bist bei mir Du bist bei mir Das sehen wir jetzt auch zum ersten Mal German Jungs Es wird Sie Möht Sie Möht Sie Böw all you have you know und er hat so gemacht sein komplettes Inventer Are you happy now? No. Ey, das ist ja sogar für beiden eine Vollheilung Warum? Warum? Das kann ich jetzt wieder billig spielen Ah Mit Bauchschmerzen Das ist auch eine Möglichkeit einen Charakter hin und her teleportieren zu lassen Ja Aber nicht unbedingt die eleganteste Möglichkeit Ach nee, ich glaube... Brauchst du das Blöten jetzt? Kannst du jetzt bitte mal meine Grrrr Ah nee Deine Grrrr? Was ist denn deine Grrrr? Rechts nach links Tobias Ah Da hast du noch ein Gesicht gehören Ach was Hatte ich gar nicht gedacht Mist? Nein Bist du schlau Schlatchtschwane Das wird uns immer nicht klappen in der Klinik genau falsch und gedreht es war irgendwie klar, dass es genau falsch und gedreht Ah ok Klacks um aber was so nicht erst die erste kristin ist unten geschoben die gesamte man schieben dann die krisse an und so nächsten küsse schieben also muss ich jetzt um nicht mit der schwarzen ist irgendwo ergang schädt die scheiße die krisse sind wirklich oben sich doch von hier aus das die lande knutschen nein auf Was war das? Jetzt schon? Jetzt schon? Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ja komm, ich werde auch noch verschieben, wenn du willst. Geht das? Nein, Biri ist so fett dafür. Aber du kommst nicht da. Ähm... Und jetzt? Hm, denke ich. Ja, dezenterisch. Bis zum nächsten Partier, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Wuuu! 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 Vielen Dank.